Musik Ich bin der Max, ich bin 19 Jahre alt und ich bin Platzbursche an der Limmersdorfer Lindenkirchweih. Ich bin die Luisa, ich bin 16 Jahre alt und ich bin Platzmadler an der Limmersdorfer Lindenkirchweih. An unserer Kirchweih gibt es vier Platzbade, die finden sich jedes Jahr über und dann wird zusammen die Kerber aufgebaut und das ganze Dorf hilft mit. An den vier Tagen ist das Dorf eine große Gemeinschaft. Musik Dann ist am Sonntag und am Montag ist dann der Festumzug. Da werden am Sonntag die Mädels von ihren Platzburschen daheim abgeholt und am Montag werden die Jungs von den Mädels abgeholt. Und da tanzen wir dann auch und es ist halt ein riesen Festumzug, der halt durchs Dorf geht. Musik Da läuft das ganze Dorf mit und an jeder Station gibt es auch irgendwas Kleines zu essen und zu trinken. Musik Und dann kommen wir wieder am Platz an und dann tanzen wir unter der Linde und auf der Linde nochmal. Musik An der Lämmerster Verlindenkirche ist es so, dass das ganze Dorf über die vier Tage zusammenhält. Und wenn jemand anderen braucht, dann springen sie ein und helfen an. Man wird auch gut unterstützt vom Verein. Das steht dahinter, was die Platzburschen und die Platzmadler machen. Aber vor allem dieser Dorfzusammenhalt, der ist ziemlich besonders bei uns in Limmersdorf. Und der wird auch über die Jahre hinweg immer wieder gepflegt.